Der Dumm ist, yeah, yeah, yeah. Guten Tag, alle Seiten. Hier, hier, hier. Der Dumm ist, yeah, 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 yeah. Wir haben mal bei einem Geburtstag einen Spieleabend gemacht und da haben wir, Mensch, ärgere dich nicht, mal so richtig die Sau rausgelassen. Nun Donnerwetter, du hängst. Du warst Chef vom Kanzleramt, Kontrolleur des B&A. Hast du wirklich nicht erkannt, uns belauscht die NSA, yeah, yeah. Und bei der Truppe hast du auch nix hingekriegt. Das geht überhaupt nicht. Die Uschi hasst dich, doch das juckt dich alles nicht. Deinen Ruf, den hast du schon mit nem Schiefgewehr verloren. Und die Sache mit den Drohnen, die flog dir um die Ohren. Mr. Hardcore bei der Flüchtlingspolitik. Das ist auch gut und schön. Der Betonkopf, der jetzt auf die Mülze kriecht. Der Dumm ist, yeah, yeah, yeah. Der macht's uns schwer, schwer, schwer. Denn wenn er aufklären muss, dann sagt er... Jetzt ist Schluss. Und zu dem ganzen Fusch bläst er uns einen... ...Auftusch. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah.